Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Genau! Moin moin, da bin ich wieder. Wie wollen manche sagen, live und in Farbe. So, Tür zu. Wie geht das jetzt nochmal? So, wir starten unser Let's Play, nämlich im Basejump. Das heißt, wir werden jetzt einfach gleich runterspringen, mal hochfliegen die Kiste und dann fangen wir mal an. Aber ich will mal gucken, wo wir heute unser Let's Play so beginnen. Und ich hoffe nicht tot. So, also Flugzeug sind wir ja schon mal, da haben wir ja schon mal was geschafft. Scheiß Radio. Nein, ich will euer Radio nicht hören. What the fuck, was war das? Leute, was war denn das? Also, wir beide haben es wahrscheinlich gesehen, oder? Leute, wurde durch den Fatsch jetzt endlich auch der Flugverkehr... Äh, der Flugverkehr ist ja jetzt auch endlich da drin. Wo kommt denn dieses Flugzeug her? Leute, Leute, das ist ja gefährlich. Meine Fresse, Leute. Da fliegt man so und dann rast man fast in so ein anderes Flugzeug rein. Ist ja krass. Oh, ihr bringt mich doch um. So. Da bin ich nochmal. Jetzt seht ihr mich gleich, weil ich jetzt in 5 Sekunden runterspringen werde. Also, zählen wir alle mal. 5. 4. 3. 2. 2. 1. Und jetzt springe ich runter. Achtung. Warte, ich will das Flugzeug so haben. Ja, genau so. Hä? Schirm? Halt Schirm. Der Flug... Guck mal, das Flugzeug ist jetzt richtig schnell. Das Rast ist ja auch hier voll fett runter. Können wir das Flugzeug eigentlich einholen? Nein, 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 nein. Boom! Da ist es rein. Ich hoffe, kein Hai wurde getroffen. Sonst hat der Hai jetzt ein Problem. Wow! Hör mal an, die Schuhe, die Federn da schon ab. Habt ihr meine Schuhe überhaupt schon mal gesehen? So, das sind meine Schuhe hier. Das sind die Schuhe von YouTube Gamescom. Woher hätte ich das gedacht, warum spielst du als Frau? Nun ja, ich hätte die Chance natürlich gehabt, das rückgängig zu machen. Aber ich habe keine Lust gehabt, das rückgängig zu machen. Weil ich finde einfach meinen Charakter, ja, den habe ich so... ...mein ganzes Zeit schon. Damals habe ich ja angefangen, das war so. So habe ich angefangen. So war das. So sah mein Charakter eigentlich ursprünglich aus. Also so erkennt ihr mich eigentlich auch in der Lobby. Die Frau mit der Vollglatze. Geile Sache. Ein paar Bullen wollen es mit mir anlegen. Hier, ihr Bullen, ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal, ihr scheiß Bullen. Habt ihr mich verstanden? Ihr kriegt mich nicht. Scheiße, die holen mich noch. Oh, geil. Na, ne, geile Karre. So, du Bonze. Steig aus. Ja, du musst jetzt nicht abhauen hier. Was nehmen wir ein bisschen? Ja, der gute alte Tritt hier. Mit den Frauenschuhen. Danke für dein Auto. So, jetzt testen wir mal, ob das Cabrio auch funktioniert. Wie geht das nochmal? Äh, warte mal. Kreis drücken oder Viereck was? Hä? Ne, irgendwie war es. Ach ne, das war es auch nicht. Ne? Ah, ja, genau. Super. Cabrio öffnet sich. Und da sehe ich doch einen PSN-Freund von mir. Wollen wir mal gucken, wer das ist. Mama von Corbin. Hey, moin moin. Oh, ich bin ja mitten im Let's Play. Ich kann jetzt gerade mein Headset hier anmachen. Ach, das wirst du dann schon sehen. Ich werde es ja gleich anmachen, mein Headset. Boah, die sind alle so schlank. Ah. Nur ne Maiskarre. Moin moin, Mama von Corbin. Ich bin hier. Ah, Black Python ist auch am Start. Super. Und die Mama von Corbin ist auch drin. So, mal gucken, wer eigentlich hier als erstes die Nerven behält. Ich, ich, ich mache es nicht. Ich zähle nur auf den, aber mal gucken. Ja, komm, du musst was machen. Verteidige dich bitte. Bitte. Warte mal. Oh, Geister. Habt ihr das gesehen? Wo ist der hin? Oh, Mama von Corbin. Gibt nicht mehr viel zu sehen. Äh, Black Python meine ich. Sorry. So. Ich sage jetzt auf jeden Fall ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Gens.com auf der Playstation 3. Und. Irgendwas wollte ich noch machen. Ah, schade, dass ich jetzt keine Munition mehr habe. Ein paar Leute töten oder so. Da habe ich jetzt Bock drauf. Was kann man da vorne machen? Tennis oder sowas? Wäre jetzt auch blöd, wenn ich jetzt sehr einfach so aufhören würde. Oh, geil. Ein Kipperladen. Digga, guck mal. Nicht, dass ich rauchen würde oder so. Okay. Und jetzt sage ich auf jeden Fall ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Gens.com auf der Playstation 3. Ciao. 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 Ciao.